Okay, Doom 64 Museum. Das sind tatsächlich noch so zwei kleine Bonus-Level, die hier noch folgen. Also das ist das erste der beiden. Wie man hier sieht, Level 36. Und das werde ich natürlich auch nicht vergessen. Es ist nur ein kleines Level. Ich meine, das andere ist dann zumindest etwas ereignisreich. Das ist hauptsächlich zum Testen. Aber ein Fight soll hier trotzdem oder ein paar Fights soll es hier trotzdem geben. Aber da kann man wahrscheinlich relativ easy alles wegplätten. Dann machen wir die Map mal ein bisschen. Oh lol. Na, so wollen wir das nicht. So wollen wir das nicht. Das ist ja zu einfach. Das war schon das Exit. Das ist jetzt halt das Problem, wenn man... Wenn man halt kaum was sieht. Ich meine, dass es da schon zumindest noch ein bisschen... mehr zu tun gab. Ja, genau. Oh je, was war denn das? Ha. Toll. Jetzt will ich mal... Ich muss das nochmal kurz laden, weil ich glaube, ich habe ein Secret verpasst. So blöd das klingt, aber ich will auch hier alles mitnehmen. Auch wenn es ein Joke-Level ist. So, jetzt nochmal. Ich verstehe es nicht. Naja. Dann never mind. Ich meine, oder ist dafür gedacht, dass mir hier... Ne, ich kann hier nicht mal springen, weil ich jetzt... Weil das hier separat angeklickt werden muss. Das hätte ja sein können, dass es fürs Testen vom Springen ist. Beziehungsweise Testen ist ja auch falsch ausgedrückt. Ha. Und sich mein gelesen zu haben, dass hier zumindest noch ein Cyber-Demon-Fight sein soll. Aber irgendwie... Irgendwie sehe ich den nicht. Keine Ahnung, wie man hier hochkommen soll. Hm. Naja. Dann schauen wir uns wohl besser mal das andere Level noch an. Secrets im klassischen Sinne gibt es keine, soweit ich weiß. Aber gut. Dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.